Hat Gas. Guten Tag und willkommen zu einem wunderschönen, naja, Commercial sind wir nicht, weil wir machen keine Werbung. Doch, ich mache jetzt einfach Werbung. Yeah, Motorola DeFi. Ein Handy, das unzerstörbar ist. Ich zumindest habe es noch nicht kaputt gekriegt und ich kriege normalerweise alles kaputt. So, weitere Werbung. Amazon, 36 Euro Gitarre. Yeah. Und ein Gitarrist, der seit drei Wochen spielt oder so. Ja, ich bin Zweige. Ja, auf jeden Fall live aus Janinas Zimmer. Nicht mehr ganz so live. Nicht mehr ganz so live, wenn ihr das seht, aber schon noch live. Wenn ihr das seht, noch so viel live. Ungefähr so viel und dann macht man das einfach da oben so in die Ecke rein und dann sind wir schon fast wie ProSieben. Hast du was zu trinken? Mein Mund ist trocken. Wie wunderschön. Ah, Apfelwein. Äpfelwein. Wir machen doch noch Werbung. Wir machen doch noch Werbung. Yeah, Postmann Frankfurter Äpfelwein. Der ekelhafteste Äpfelwein, den es gibt, aber... Yeah, aber wir trinken ihn trotzdem, weil wir sind nämlich hart und wir sind aus Hessen. Wir müssen schon Äpfel trinken. Wow, ist das guter Äpfelwein. Mmh, super, schmeckt nach Kotze. Ja, ist der geil. So. Also, als Information noch, wir haben ein Liedchen vor. Dieses Liedchen ist wunderschön und es basiert auf einer wahren Geschichte. Also es enthält ganz viel Gefühl. Ja. Ganz, ganz viel. Wirklich. Also ungefähr so viel, dass es nicht in den Bildschirm passt. Ungefähr so. Ja, und ich würde sagen, dann fangen wir auch gleich mal an, oder? Direkt. Alles klar. Hey, du Schlumpf an der McDonald's Kasse. Warum dauert das schon wieder so lange? Habt ihr kein Wasser für die Cola mehr, oder sind schon wieder die Chickenburger leer? Hey, du Schlumpf an der McDonald's Kasse. Warum dauert das schon wieder so lange, hast du kein Wasser für die Cola mehr, oder sind schon wieder die Chickenburger leer? Hey, du Schlumpf an der McDonald's Kasse. Hey, du Schlumpf an der McDonald's Kasse. Warum dauert das schon wieder so lange, warum dauert das schon wieder so lange, hast du kein Wasser für die Cola mehr, oder sind schon wieder die Chickenburger leer? Hey, du Schlumpf an der Burger, oder sind schon wieder die Chickenburger leer? Ja, wieder! Ja, du Schlumpf an der Burger, oder sind schon wieder gleich? Ja, du Schlupf an der Grö Pole, oder sind schon wieder die ch diverse? Ja. Awesome. Wonderful. Fynn!